Ja, wir sind zurück mit Let's Play Minecraft Tobas und Philipp Part 3. Wie gesagt, ich will jetzt ein Haus bauen. Der Philipp hat schon ein paar Millionen. Haben gepflanzt. Ja. Thomas, vergisst du öfter mal Worte sagen? Er hat nämlich noch Alzheimer. Nein, habe ich nicht, Philipp. Aber der Philipp ist heute ins Klo gefallen, weißt du? Und deswegen... Aber in den frühen Let's Plänen hätte ich mir auch gar nicht ins Klo gefallen. Du darfst mich in eine Kloschüssel stecken. Ja, das ist der Philipp. Er will sich gleich rausreden, weißt du? Ja, dann denkst du. Ja, das war jetzt alle ein Witz, weil in den frühen Let's Plänen haben wir auch immer den Witz gemacht, dass mir in eine Kloschüssel gefallen. Ja, dass du in eine Kloschüssel fallst. Ja, super, Philipp. Auf jeden Fall, ja. Weisst du gerade, Philipp? Na, äh. Na, was du gerade machst. Ich weiss es sonst. Ja, ein paar Sachen anpflanzen. Also, Melonen habe ich jetzt angepflanzt, ja? Ja. Das nächste, was ich jetzt anbaue, ist ja nach Weizen und Brast. Und ich baue gerade das Haus für uns. Also, wir haben ja noch gerade davon, was wir ausgemacht, dass ich mit dem Essen kämme und er suche einen Unterschlupf. Es wird jetzt aber nicht gerade das größte Haus, aber wir bauen uns dann sicher auch noch ein Unterschlägt. Und noch besuchen wir auf unseren alten Sauer. Ja, ein bisschen klein. Ich kann mich noch erinnern auf unseren alten Sauer, der im Moment, ich käme zurück plötzlich und hast du gerade in ein Haus angefangen. Wie was? Ich käme vom Tempel zurück und du baust gerade so ein Haus. Und du hast einfach drauf gebaut, unerlaubt. Ja, 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 ja. Bauen wir für so ein Haus wie bei unseren anderen Sauer, oder? Mhm. Und du baust mir auch einen Stock dazu, oder? Ja, mach ich schon. Gut. Okay. Oder wir teilen uns einfach die zwei Stöcke. Passt. Diesmal. Ihr einen Stock und du einen Stock. Nein, aber es ist chilliger, wenn wir sie uns teilen. Wie meinst du? Ja, sie uns teilen. Ja, wie? Du in einem halben Stock runter und die in einem halben Stock runter. Nein. Jeder hat einen, ich meine, jeder hat beide Stöcke. Nein, aber dann kann man uns beide Küchen nicht mehr aus. Wir schreiben uns halt drüber. Das ist ja ein Erstarrthaus. Ja, stimmt. Also nur der Stein geht sich nicht mehr aus, glaube ich. Wir müssen es, glaube ich, einen Stock bauen. Oh. Geht sich aus. Alter, ganz genau geht er sich aus. Ganz genau. Hast du eine Tür, oder? Voll davon. Nein, ich mach gleich. Ja, ich mach das. Jetzt kommt mir davon. Wir müssen sie abbauen. Ja. So müssen sie sein nicht so richtig. Man weiß, aber trotzdem. Schauen wir mal, ob wir Melonen passen. Noch ein paar Kröbel. Das ist schon da. Hast du das überleg mal Knochen? Knochen? Ja, habe ich. Damit ich gerade auch Pflanzen von... Du gibst mir ein Crafting-Table und eine Tür. Einfach ein bisschen Holz. Passt? Ja, passt. Ja, ich crafte so. Ich brauche noch ein paar Kröbel, bitte. Ja, wie viel? Ungefähr so 20. 18 habe ich auch. Ja, das passt auch. Und wo bist du? Ähm, ich bin bei unserem Haus. Ehm, ich bin bei unserem Haus. Eigentlich, das ist ja ja voll ein fairer Deal. Ähm, ich komme mit mir ums Essen und du im Unterschrift. Ja. Weil das ist zu zweit viel schneller alles aufgebaut. Mhm. Ja. Ich mache ein paar Kröbelskannen. Das kannst du auch einpflanzen, weil auch ein paar Kröbel. Kröbel brauchen wir schon auch. Ich habe mal, ähm, die Kloch von Kanne gestellt und die Lunge. Was? Gib mal bitte das Holz. Ich habe mal fünf da. Es liegt vor dir. Okay. Da hast du Melonenkanne und dein Knochen. Melonenkanne ist da. Nein, nicht Melonen. Ein Kröbelskanne. Und dein Knochen. So. Was brauchen wir denn noch alles? Ein Ofen. Jetzt muss ich doch noch mal nehmen oder so. Ich gehe jetzt einfach so ein bisschen erbauen. Grabe da bei uns in meinem Haus um. Ja. Nein, ich grabe es da rein. Dann machen wir uns so ein altes Haus einfach für Minen, oder? Mhm. Dann hole ich auch die Drohnen uns um auf dem alten Haus, oder? Ja. Und ich trenne auch die Sachen, wo es gehört wird. Ja, passt. Jetzt will ich als Gewohnheit sagen, Gesundheit. Wieso? Ja, weil ich mir dachte, ob du wurscht? Äh, nie ist es. Ja, ich habe ja. Aber das ist nicht wurscht. Ja, das ist doch wurscht, was das ist. Nein, ich sage nur, weil, ähm, mir ist es Gesundheit. Ja. Sicher. Was sagt bei beiden? Nein. Ja. Von mir heißt Gesundheit. Ist ja wurscht. Man erwartet ja keiner von dir. Doch. Ja. Alter, ist doch viel Kohle. Ich habe jetzt schon 14 Kohle und das Ende ist leer. Davon einmal abbauen. Mhm. Schau. Und so einen ersten Schritt ins Nerde werden wir besonders feiern auf dem Server, oder? Ja, das werden wir bei allen Menschen machen. Ja, werden wir Diamanten finden, natürlich. Warum denn mit Diamanten finden? Ja, weil nur mit der Diamantspitzhacke kann man sowas machen. Warum denn? Ja, man braucht eine Diamantspitzhacke für Obsidien. Ja, und man kann jetzt ja schmelzen. Das ist brutal. Das mache ich immer so. Achso. Ja. Komma. Ist aber nicht so chillig. Was? Chillig? Da, rechts ist der Stadroge. Nach zweit ruhen immer. Ja, kannst du so machen? Jetzt, ähm. Du musst ein bisschen Holzacken geben. Ja, mach ich mal. Ach, scheiße. Warte mal, darf man? Komm schnell. Was denn? Du musst die Truhe schnell werden. Ich weiß, aber ich mache es nicht. Mach mal die Truhen bitte da her. Ja, lass die Sachen von mir drehen. Ja. Ja, tu sie bitte da her. Ah, warte. Tu sie da her. Ja, okay. Wir müssen zu Hause gehen. Wie viel haben wir schon aufgenommen? Ah ja, ich schaue jetzt wieder einmal, wie viel wir aufgenommen haben. Weil der Philipp will unbedingt immer 10 Minuten aufnehmen. Eigentlich fahren wir es gerade. Ja, ich auch ungefähr. Aber mir ist es eigentlich ziemlich wurscht. Ich mache meine Truhen. Hier, Thomas, wirst du es mal machen? Ja. Ähm, schaut da, legt da eine Schiene hin. Mhm. Und dann? Und dann hat der linken Bereich, also wo ich stehe. Mir und die anderen. Ist doch wurscht. Alter, es ist doch wurscht, Philippe. Ja, aber das ist die Grenze, okay? Nein. Kann man uns mit der Truhen nicht verwechseln? Von mir aus. Irgendwann findest du die. Ja, dann machen wir es halt so. Auf jeden Fall, ja. Ich schaue jetzt auf jeden Fall mal, wie wir schon aufgenommen haben. Ihr kriegt davon eh nichts mit, weil dann wird automatisch auch Pause umgeschaltet bei meinem Aufnahmegerät, weil die gerade gesagt haben. 75. So, es geht weiter. Und 6 Minuten 75. Nein, ich habe mich verredet, Entschuldigung. Es sind jetzt 5 Minuten 57 aufgenommen gewesen. Ja. Und ja, jetzt geht es weiter. So. Jetzt habe ich auch Hofen hingemacht. Wo ist denn unser altes Haus jetzt eigentlich? Ich habe so ein Holzturm hingemacht. Ich baue gerade da ein Haus hoch. Und halt da in Ruhe. Das sind noch Zeug von mir dran. Ja, ich weiß, das bringe ich alles um jetzt. Und du hast drüben in der Ruhe, oder? Ja, geh bitte noch ein bisschen Holz fällen. Was? Ja, das mache ich dann gleich. Nein, wir brauchen jetzt schnell betten, weil sonst kann man die Nacht nichts tun. Ich gehe die Nacht gleich voll wegen dieses Schauen, okay? Ja, schau eben in der Schneewelt. Ja. Ist jetzt vor uns so ein Haus Bäume, oder? Ja, passt. Eichen. Hey, wo ist mein Eisen hin? Das habe ich weggenommen. Achso, danke. Du bist von mir jetzt schon eine große Tour. Ich habe dir jetzt eine große Tour gemacht. Ja, danke. Ja, ich schaue mir jetzt mal schnell in der Welt um. Ich brauche was zum Essen. Ja, das kannst du mir haben, weil ich habe genug. Ja, geh schnell zu unserem Haus. Und wir werden jetzt wahrscheinlich bald einmal Rambo schauen gehen. Ja, machen wir um halb zwölf. Ja, machen wir dann so um halb zwölf. Was habe ich denn da? Ja. Geht doch fünf. Ja. Thomas, Achtung, jetzt können die Monster wieder, gell? Also, du gehst ins Haus. Ich habe nicht zu viel im Inventar, wollte ich gerade sagen. Ja, aber ich habe jetzt keine Gedanken. Ja, danke. Ich habe da sechs Tage keine Gedanken. Ja, ich gehe jetzt aber auch mal kämpfen, ob mir langweilig ist. Ja, passt. Du bist lebensmüde. Ich weiß, voll lebensmüde. Nein, ich gehe jetzt in der Schneewelt, geh jetzt ein bisschen schauen, gell? Ja, ich gehe auch mit, passt. Ja, passt. Weil das die Wahrscheinlichkeiten höher sind. Ich warte am Rand vor der Schneewelt. Jetzt habe ich die mit ein Zambi verwechselt. Ach so. Ich mache mir schnell noch ein Schwert, passt. Ja, kannst du auch wieder eins mit kräften, weil meine ich sage ja eigentlich nicht. Ja, passt dort. Zwei Küter. Das ist aber gut. Nein, Eisen. Ja. Ka-bum, ka-bum, ka-bum. Oh, der andere ist voll in die Luft. Ich liebe Eisen. Ja, ja. Trotzdem nehme ich mir zwar lieber Diamant, aber Eisen finde ich einfach am besten. Diamant ist schon besser. Ich... Also... Der Philipp meint jetzt einfach nur... Also vom Ding her. Weil Eisen wäre es so gut, wenn wir es so oft finden und so. Und weil es so schnell verarbeitet und so weiter ist. Aber... Und weil man es für so viele Sachen braucht. Aber Diamant ist trotzdem besser von der Qualität sozusagen. Von der Qualität. So wie Apple und Samsung. Genau. Apple ist der Diamant. Und Samsung ist Eisen. Samsung stellt halt mehr her, in dem Sinn. Und... Apple... Hey! Jetzt bekomme ich Schwarzpulver. Schau, da hast du... Schau. Nein, du hast... Schwarzpulver von mir. Das ist mein Eisen, so sicher. Ja. Eis ist der Eisenschwörter? Ja, das ist Eisenschwörter. 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 Creeper, geh da weg wegen der Baum. Ach so. Der will eh leid tief. Schau. Ich kann mich hinten anschließen. Genau, du machst ihn von hinten fertig. Oder ich mache ihn zum Schluss. Ja, gehen wir jetzt in eine... In die Schneewörter ist das einzige Problem, um Verurzeln. Ja, das geht doch ziemlich schnell. Ja, gehen wir immer gerade rein, dass wir alle gleich noch gerade rausgehen müssen. Ja, und in den Packern lege ich bestimmte Wege entfernt, damit man... Das ist ein Schafe. Ich habe das Schafe gesehen. Echt? Ja. Warte. Ja, da ist ein Schafe. Ein Zombie-Schafe. Wir haben schon drei mindestens. Da muss halt einer immer leften im Notfall, wenn wir schlafen gehen. Nein, weil wenn oder nicht schon richtig kämpfen. Ja, gut. Im echten Leben kann man ja auch nicht leften. Ja, aber im echten Leben kann man am Boden flassen. Das ist richtig. Ah, leften, 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 leften. Aber im echten Leben kann man im Notfall auch gehen. Ich kann voll kämpfen. Scheiße! Oh. Normalerweise stürbe ich nicht so oft. Aber heute ist eine Ausnahme. Ich habe da deine Sachen aufgekloppt. Ich gehe mal jetzt mit dir vor einigen. Ah. Super. Jetzt bin ich runtergefallen. So, ich gehe jetzt in unser Haus. Nimm einfach meine Sachen damit, okay? Hab ich schon. So, jetzt mache ich gerade schon noch was Lustiges. Weil es gerade so spaßig ist. Huiiii. Aha. Ja, solange ich jetzt mal eine Wolle haben habe. Nochmal. Ich mache das jetzt die ganze Nacht lang. Huiiii. 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 Ja. Wir enden jetzt diesen Part und ciao. Wir fangen dann mit dem Part 4 an. 훨씬 laut. Wieiiii. Du brauchst den Watt, J孩ierierierieri.